Jetzt hab ich immer über 400 Punkte gemacht, das ist gut. Okay, die hab ich nachgeladen. Die ist auch nachgeladen. Wunderbar, was gibt's Besseres? Jemanden auch wieder zu beleben. Das ist einer von uns. Nein, scheiße. Fuck. Oh, fuck. Der ist hier gespawnt. Der Sack. Fuck, da kommt noch einer. Schnell. Verdammt. Lauf. Puh. Puh. Ich hab so das Gefühl, dass hier gleich so ein Fahrzeug kommt. Hier ist dein Medikator. Wiederbelebt. Also wie er hier. Und, nee, ihn nicht. Er hat selbst getroffen. So, wiederbelebt. Und selbst wieder heilen. Gut. Und wiederbelebt. Alter, wie geil, wie geil, dass hier läuft. Oh, fuck. Fuck. Komm. Scheiße. Boah, ich muss doch hier jetzt erst auf unserem Squad sein, oder was? Ich bin noch gar kein Squad, ne? Oder wo bin ich? Bravo bin ich. Na gut, no, also, bravo. Wo ist denn hier bravo? Moment, Squad, bravo. Ich bin, glaube ich, in der Warteschlange von einem Squad, oder so, ne? Kann das sein? Ja, ich weiß es nicht. Ne, im B bin ich ja. Squad B. Scheiße. Fuck. Fuck. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich weiß auch noch nicht mal, wie lange ich aufnehme. Ich hab die vergessen, mir den iPod, oder beziehungsweise die Uhr zu stellen. Und meine Ohren tun schon lange so wieder weh. Ich weiß noch nicht mal, wieso. Ne, zu weit weg. Ne. Ja, das war nicht bei ihm hier. Au, jetzt bin ich hier. Verdammt. Aber das ist schön gewesen, eben. Schön viele wiederbelebt. Ein paar abgeschossen. Das geht gut. So. Der, wo war der jetzt wieder? Ach. Kann mich nicht einer irgendwie so wiederbeleben? Natürlich nicht. Mann. Die laufen aber wieder hier welche durch die Gegend. Ist ja nicht normal. Okay, hier ist nichts. Mist. 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 Nicht gut. Nicht gut. Huch, leck. Ja, ich werde auch wieder bald GTA San Andreas aufnehmen. GTA 4 ist weiterhin leider pausiert. Ich finde die Zeit nicht dahin zu zocken. Und wenn ich dahin gezockt habe, wird es mit Sicherheit gleich wieder Aufnahmen geben. Ich habe sie sogar noch nicht mal mehr auf dem PC installiert, weil ich ja mein Windows neu hatte, gemacht hatte. Um mehr RAM reinzubauen zu können. Ich habe ja jetzt 6 GB Arbeit, was im Übrigen eigentlich reicht. Also, äh. Hä, der ist noch nicht tot, ne? Hm. Na egal. Der, also der reicht eigentlich vollkommen aus, aber zum Design ist es eigentlich noch zu wenig. Aber, naja gut, ne. Ich habe mich halt verklickt beim Bestellen. Deswegen habe ich jetzt nicht 8, sondern 6. Und es reicht eigentlich so gut wie. Beim Design ist er zwar bei 92% beim RAM-Auslastung. Aber das ist normal. Mit 8 GB wäre er noch ein bisschen besser. Also, das ist logisch, ne? Deswegen von eben, ist übrigens, und da meine, meine, wow, von Kingstone. Also, Kingstone RAM. Den haben eigentlich so gut wie alle eingebaut, die ich kenne, weil das ist, glaube ich, die beste Marke anscheinend. Ich kenne mich ja nicht ganz so gut aus. Ich kriege das zwar reingebaut, aber so gut auskennen tue ich mich damit jetzt nicht. Ich kenne halt, dass das nötig ist. Mehr aber auch nicht. So, nochmal nachladen. Dass ich auch alles im Magazin habe. 31 Schuss. Ich glaube, wir haben übrigens so einen Kack-Panzer. Einen Kack-Panzer, der hier ist. Juhu, ah, 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 scheiße. Der kam unerwartet. Ja, ich bin Vierter. Aber in dem, in dem Squad sind ein paar mehr, glaube ich. Obwohl ich das gesehen habe. Egal. Ja, KD. Ist ja auch nicht gerade das Beste. Aber ich bin ja auch nicht, äh, ich bin ja auch nicht der Pro hier. Ich bin ja nur der hier. Ich bin ja nicht der Pro. Ne, kennt ihr ja. Ich bin nicht der Pro-Fighter. Ah, der wieder geholt. Nicht schlecht. So, nach dieser Runde werde ich aber auch die Auf... Boah, Junge, hör doch mal auf hier rumzulatschen. Die Aufnahme beenden. So, nachladen. Verpiss dich. So. Dann werde ich das noch rendern heute. Bis wahrscheinlich... Na, schade. Hätte ja klappen können, aber hat ja nicht so geklappt, wie es sein soll. Ist, hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Ganz sicher. Ja. La, 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 la. Oh, Mann. Ja. Die Framerate ruckelt hier aber auch rum. Also immer von 40 auf 30, denn von 30 auf 50. Und die ganze Zeit hier nicht konstant. Das ist aber bei Battlefield bei mir immer so. Leider. Ich hätte es gerne an... Oh, hallo. Ich hätte es gerne an... Ja, so, da ist einer. Ich sehe den da. Scheiße, scheiße, scheiße. Und wieder rauf hier. Nee, Moment, ich will erstmal hier nachladen. So. Jetzt kann ich hier rauf. Und komm. Gut. Haben wir auch geschafft. Unser Squad holt langsam auf. Wir sind fast sogar schon der beste Squad. Finde ich gut. D ist der schlechteste. C ist... Naja. Und wir sind halt gut. Und die anderen sind... Mann. Pass mal auf. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mist. Scheiße, lang nach. Achtung. Ein Fahrzeug wurde in eurem Eindruck gerichtet. Aufruf. Oh, ja. Oh, ja. Ich komme. Squad. Aus meinem Squad hier. Perfekt. Läuft relativ schnieke hier. Ich bin weg da. Ich muss... Oh, Junge. Jetzt hat der den Wich... Jetzt hat der Wichser alles bekommen, mein Arschloch. Ne, natürlich nicht da. Jetzt den hole ich mir. Den hole ich mir auch. So, 200 Punkte mal kurz. 220. Das läuft doch richtig, richtig gut. Dann kann ich gleich wiederholen. Ich Idiot. Man kriegt sogar einen Wasserschaden. Das ist ja auch mal nice. Der war nicht von uns. Ich hätte den Messern müssen. Ich baue auch noch Messerkills. Fällt mir gerade ein. Oh, fuck. Ich hätte den Messern tun sollen.